Du hast vielleicht festgestellt, dass du der Rebound für einen Mann bist und fragst dich jetzt, ob diese Beziehung, Verbindung überhaupt Zukunft hat und wie du mit der Situation am besten umgehen kannst. Vermutlich hast du jede Menge intensive Gefühle, aber in die Verbindung, Beziehung ist vielleicht schon ein kleiner Riss reingekommen und du ahnst, dass das eventuell schief gehen könnte. Eine Rebound-Beziehung ist, wie du vermutlich schon festgestellt hast, eine Beziehung, die du in dem Fall mit einem Mann eingehst. Natürlich gibt es das auch andersrum und dieser Mann hat gerade erst frisch eine Trennung hinter sich. Eigentlich nach einer Trennung befindet man sich erstmal in einer Trauerphase. Nicht jeder Mensch möchte sich aber diesen traurigen Gefühlen aussetzen und so kommt es häufig vor, dass Personen sich gerade nach einer schmerzhaften Trennung erstmal sofort in die nächste intensive Verbindung stürzen. Wann jemand wirklich emotional mit einer Beziehung abgeschlossen hat, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Manche Personen können tatsächlich etwas schneller mit einer Beziehung abschließen, andere Menschen nicht so schnell. Grundsätzlich kann man sagen, je länger eine Beziehung geht, desto länger brauchst du auch Zeit, um darüber hinwegzukommen. Also wenn du weißt, dass er zehn Jahre mit einer Freundin zusammen war oder eventuell verheiratet war, dann weißt du, dass er vermutlich nach zwei Monaten noch nicht wirklich, wirklich bereit ist, sich in eine neue Beziehung zu begeben. Eventuell hat er sich auf einer Dating-Plattform angemeldet oder hat ihn irgendwo getroffen und ihr habt euch relativ schnell und intensiv connected. Ein typisches Merkmal von einer Rebound-Beziehung ist auch, dass alles erstmal sehr harmonisch wirkt. Es hat vielleicht den Anschein, dass er perfekt zusammenpasst. Vielleicht wird er dir das auch sagen. Vielleicht wird er sogar Vergleiche anstreben und sagen, ah, das ging mit meiner Ex-Frau oder Ex-Freundin nicht. Das hat mich immer genervt, aber mit die funktioniert es super. Generell also, wenn du mit einem Mann zusammen bist, der seiner Ex-Frau oder Ex-Freundin sehr schlecht redet, dann solltest du ein bisschen skeptisch sein, weil er war einige Jahre mit ihr zusammen und es kann nicht alles schlecht gewesen sein, okay? Denk auf jeden Fall dran, so wie jemand über andere redet, so wird eventuell auch irgendwann über dich geredet, okay? Also sei da ein bisschen aufmerksam. Der Fokus ist sehr stark auf den positiven Elementen und eventuell leidet ihr schon sehr schnell im Bett und Gefühle sind da und es ist sehr intensiv. Es kann aber auch sein, dass er ein bisschen emotional unverfügbar ist, dass er vielleicht sogar andere Frauen datet, sich in andere Richtungen umschaut und besonders, wenn du das Gefühl hast, du möchtest die Verbindung oder die Beziehung in eine Richtung so ein bisschen vorantreiben, dann bekommst du von ihm vermutlich eher so die Aussagen wie, er möchte sich ein bisschen Zeit nehmen und sich nicht sofort in was Neues reinstürzen. Der Mann wird dir dann vermutlich auch sagen, dass er schon längst über die alte Beziehung hinweg ist, dass das abgeschlossen ist, dass das sowieso nichts war, dass das sowieso nichts mehr wird und dass er jetzt im Prinzip auch bereit für was Neues ist. Aber vielleicht gibt es eben dem und den und den Grund, warum es jetzt nicht sofort mit der Beziehung klappt. Und das heißt noch nicht mal, dass du gerade angelogen wirst, denn vermutlich sind das tatsächlich seine echten Gefühle und Gedanken. Er hat das Gefühl, er ist schon längst über die andere Person hinweg, weil er sich auf diese Trauer nicht wirklich einlässt, sondern sich eben intensiv und gefühlsmäßig erstmal auf was Neues einlässt. Und das ist auch in Ordnung. Du solltest für dich da nur ein bisschen aufpassen, denn es kann sein, wenn diese Ex-Freundin oder Ex-Frau in seinem Leben wieder auftaucht und von ihrer Seite noch nicht der klare Cut passiert ist, dann kann es sehr gut sein, dass diese beiden Personen wieder zusammenfinden und es eventuell nochmal probieren. Und dieses Gefühl ist natürlich absolut unangenehm, wenn du bereit warst für einen Mann und das Gefühl hattest so, wow, das könnte wirklich was werden. Und dann wirst du eben mit der harten Realität konfrontiert, dass es vielleicht nicht so ist. Und das fühlt sich mega unangenehm an und man fühlt sich belogen, betrogen und benutzt an. Weißt du, Beziehungen sind sehr komplex. Das ist das, was ich auf jeden Fall gelernt habe und ich habe gelernt, dass es kein richtig oder falsch gibt. Ich glaube, dass auch aus einer Rebound-Situation eine schöne Beziehung entstehen kann. Natürlich kommt es immer sehr auf die Situation drauf an und es kommt auch ein bisschen auf dich drauf an. Und letzten Endes geht es vor allem erstmal um dich. Es geht darum, was du glaubst, wie reif du bist, um mit dieser Situation umzugehen. Versuch, das Tempo rauszunehmen, so gut wie möglich. Ich würde dir raten, date in der Zeit vielleicht sogar andere Männer. Kann einfach sein, dass du mit anderen Männern Kaffee trinken gehst, dass du dir einfach deine Option ein bisschen offen hältst, dass du dich auch für diesen Mann ein bisschen offen hältst. Aber dass du nicht zu tief und zu schnell und sofort da reinspringst und sagst, oh mein Gott, ja, lass uns gleich eine Beziehung draus machen. Natürlich kannst du auch den Rückzug antreten und sagen, hey, die Situation ist mir zu heikel, ich bin raus. Das geht natürlich, aber wenn du das Gefühl hast, hey, ich mag diesen Mann wirklich gern und ich sehe Potenzial und ich denke, es könnte was werden, dann mach langsam. Geh nicht sofort mit ihm ins Bett. Wenn er sagt, oh, ich liebe dich und du bist so toll und du bist so viel besser als meine Ex-Freundin, dann sag, ja, vielleicht. Nimm es nicht zu ernst. Nimm die intensiven Liebeserklärungen, die er dir vielleicht macht und das Gefühl, dass er dir gibt, dass du was ganz Besonderes und Tolles bist. Nimm es ein bisschen an, aber bilde dir nicht zu viel drauf ein. Denn denk immer dran, dieser Mann ist vermutlich nicht in der emotionalen Reife, dass er hundertprozentig hinter den Worten steht, die er sagt. Achte ein bisschen mehr auf das, was er macht und weniger auf das, was er sagt. Also versuch diesen Zeitraum, in dem ihr euch kennenlernt, etwas auszudehnen und nicht sofort alles intensiv und geballt auf einen kurzen Zeitraum zu pressen. Ich wünsche dir von Herzen das Allerbeste für diese Situation und wenn du das Gefühl hast, dass du Hilfe brauchst, dass du einfach nochmal jemanden brauchst, der dir ein paar positive, ermunternde Botschaften schickt, dass du das Gefühl hast, okay, ich kann jetzt mit der Situation umgehen und ich kann mich im richtigen Moment auch rausbringen, falls es wirklich in die ganz schiefe Richtung geht, dann melde dich auf jeden Fall gerne bei mir. Ich wünsche dir das Allerbeste in deinen Beziehungen und ich wünsche dir, dass du für dich weißt, wie viel du wert bist und wie wunderbar du bist als Frau. Wenn dir das Video geholfen hat, dann teile es doch gerne mit Freundinnen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken. Daumen nach oben hilft mir immer und unterstützt meinen Kanal und natürlich kannst du mich auch gerne abonnieren. Du findest mich auch auf TikTok und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag und ganz viel Kraft, mit der Situation umzugehen. Ich drücke die Daumen und bis dann.